Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier auf dem Gaming-Channel. Mein Chat hat mich herausgefordert und mir gesagt, ich bin nur ein echter GTA-Spieler, wenn ich einmal in meinem Leben einen Jet erfolgreich aus der Militärbasis geklaut habe. Das Ganze habe ich versucht und ich sage mal, es lief nicht ganz so gut. Nein, Mann, nicht das Feuerwehrauto! Ob das Ganze geklappt hat, seht ihr am Ende. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Einmal Militärbasis, fünf Stellen ist ein Muss für jeden GTA-Spieler. Okay, wir machen es. Wo ist das? Wo ist die Militärbasis? Alright. Dann machen wir es mal. Was will man hier mobsen? Im Jet eigentlich, oder? Aber wo sind die? Du bist vorbei. Scheiße, wo? Rechts, Bro. Ah, da, diese? Boah, ich checke nicht wo. Ich checke nicht wo, mein Gott. Wo, Bro? Ah, da war einer, oder? Ich glaube, da hinter den Passagrande links. Ja, ich glaube, ich habe mich immer gesehen. Alright, Männer, haben wir gereist? Oh, der Sprung war scheiße. Egal, neben mir. Yo, easy, okay. Boah, wir nehmen den hinteren, wir nehmen den hinteren. Der ist ein bisschen mehr protected, glaube ich. Wo muss ich denn einsteigen, Digga? Ah, okay, einfach hoch, okay. Steck ein, steck ein! Steck ein! Macht's gut, ihr scheiß Loser! Oh mein Gott, Digga, what the fuck? Holy shit! Bro, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Bro, das ist crazy schwer. Das ist crazy schwer. Das ist echt nicht so einfach, what the fuck? Was ist das für eine krankische Scheiße? Wer auch immer in diesem Panzer sitzt, Digga? Gibt dem Typen einen Job, Bro, beim Militär. Was ist das denn, Digga? Das ist wirklich der... Bruder, wer auch immer in diesem Panzer sitzt, Bro? Der ist KI, ach so, nee, Lava. Ich dachte, da sitzt Paluten drin, Digga, und dreht gerade 20 Minuten Video für morgen. Bro, natürlich ist es KI, was wollt ihr von mir? Bitte, sind mir die Jets in die gespawnden. Ja, nice sind die. Oh mein Gott, perfekt, okay. Komm, schnell, 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 Bro, er brummt ja auch, Nette. Das ist crazy, Bro. Das ist crazy, Bro. Bro, es dauert tausend fucking Jahre. Oh mein Gott, hier ist ja auch einer. Digga, what the fuck? Sick. Bro, der Panzer hat mich jetzt so... Ja, das war so klar. Bro, diese Karre braucht wirklich... Das ist so unrealistisch, Bro. Kein Porsche in der Welt braucht so lange. Ich bin mir da von Null auf irgendwas zu beschäunigen, Bruder. Das macht gar keinen Sinn, Junge. Oh mein Gott, Jesus Christus. Okay, wir versuchen doch mal den großen Hangar. Das ist der Play. Ach du Scheiße. Ach, duke. Ach, Digga, das macht gar keinen Sinn, Bro. Das ist sechsmal nicht passiert. Was zum... Wieso bleibt das da so komisch eng auf einmal, Bro? Ich bin's nicht. Komm schon. Komm schon. Hier ist niemand. Come on. Das sieht gut aus. Das ist er. Das ist der Trial. Hebeam! Bro, es ist impossible, Chad. Es geht nicht. Es geht nicht. What the fuck? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr die Scheiße bekommen habt mit 13 First Try. Mit denselben Bedingungen, die ich gerade habe. So, fuck. Man, Digga, er hat meinen Reif lang geschossen, Bro. Das liefst du nicht. Bro, der hat ja? Ich weiß nicht. Egal, es muss reichen. Es muss reichen. Muss reichen, Digga. Muss reichen. Scheiß drauf. Es reicht nicht. Ach, Mann, Digga. So eine Pisse, wirklich. Das ist so kranke Scheiße, Leute. Das ist wirklich, das ist, das ist der Trial, der mich am sauersten macht. Scheißen Dreck, wir verfickten Hörnjöne. Digga, die sind alle nicht gespawnt. Das ist ja krank. Digga, hä? Ah, okay, jetzt. Hinten raus ist wieder der Play, glaube ich. Nein, Mann, nicht das Feuerwehrauto. Mann, Bruder, Feuerwehrmanni, Digga, mit seinem Schlauch kurz mal reingefahren. Ja, wo kam er denn her? Digga, Real Rap, dir passieren Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Digga, mein Favorite-Moment von dieser Kategorie, Dinge, die niemandem anderen passiert sind, war, als ich bei der Story, da wo wir bei Michaels Haus reingegangen sind, und ich da so Raketenwerferfeuer draufgeknallt habe, und dann mit Cutscene so ein Feuerwehrmann die Scheiße gelöscht hat, Digga. Das war so geil. Das war so stark. Ey, züge, Digga, schick dir noch ein Messer einfach in deine Brust beim Aussteigen. Steig doch einfach wie ein normaler Mensch aus, das ist natürlich scheiße, Digga. Komm, bitte, 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 steig ein, los, los, los. Steig, 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 steig! Ja, das war sauber, sauber. Ich glaube, das kann ich nicht überleben. Digga, das sind drei Panzer, wie soll ich denn überhaupt an dir vorbeikommen? Bro, das ist impossible. Okay, also die große Halle ist real talk nicht. Die große ist es real talk nicht. Mein Junge, wir hören irgendwie Hannah Montana, Bro, während wir versuchen, den Jet zu klauen. Was ist das für eine Scheiße? Wir haben mit dem Auto durch die Schrank gefahren, Straße links, dort, wo die Strecke ist. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, die sind gefickt. Das ist sauber. Jetzt weiß es nicht. Hier, Panzer 1, Panzer 2, wir fahren nach da hin. Hallo, hier ist das Militär. Wir haben Sie beobachtet und möchten Ihnen gerne eine kostenlose Jet zu schicken, damit Sie endlich raufhören, über unseren verfickten Garten zu sprechen. Diese Grüße. Oh mein Gott. Wir haben nur eine Klappe hinten rechts. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott, wir haben es. Digga, die Scheiße war ja ultraschwer. Nee, 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 Bro, ich wurde abgeschossen. Ich wurde abgeschossen, ich könnte nichts machen, ich bin einfach runtergeflogen. Ah, Shift-S war es. Scheiße, ich habe nie beim Fliegen versucht. Ich habe vergessen, solange Tastatur und Schwimmen ist wirklich, da möchte ich einfach nur meine Tastatur in den Bildschirm reinschlagen. Ach, Digga, technisch gesehen zählt der nicht, oder? Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt eine gute Übersicht, wo die Panzer sind. Bruder, jetzt kommt hier so eine Gaming-Werbung, Alter. Ach, Bruder, ach, Digga. Ach, Junge, er ist nicht so hart, Bro, real talk. In dem Bildschirm, Rapid. Halt deine Fresse. Ja, Lutschen-Schwanz, Alter, wirklich. Fit, das war überreagiert, finde ich nicht. So ein Rollerfahrer kann man auch mal mit einem Kegner abschießen. Das hat alles keinen Sinn mehr, Leute. Ey, Männer, tut mir leid, euren Feierabend zu stören. Was ist denn das für einer? Der sieht ein bisschen anders aus, oder? Der ist so ein Skin, Alter. Wait, da ist auch ein kleiner da. Der ist low. Was ist denn? Boah, überschreibt, der zählt nicht. Was ist das denn? Sorry. Bruder, wir müssen aufhören, alles explodieren zu lassen. Kein Flugzeug über der Welt würde explodieren, wenn es mit der Geschwindigkeit gegen so eine Säule fährt. Kommst du da einfach ein bisschen zusammenknautschen, und dann wird es weitergehen. Macht null Sinn. Wusstest du eigentlich, dass er ein Kind hat und bald heiratet? Oh Mann, Digga. Oh Mann, Digga. Bruder, wie soll man fahren? Wie soll man fahren? Es macht keinen Sinn, Bro. War kurz der Karpke, heiratet, drei Kinder bekommen, ein Haus gebaut, und ich bin Opa geworden, und ich sehe, du hast der scheiß Jet immer noch nicht. Bin immer noch dran. Sieh steil nach oben. Ja, Jet meintest lieber tief fliegen, aber I don't know. Guten Abend, Herr Keller. Wir müssen Ihnen leider mitfragen. Das ist unsere Erstellung, das kommt, wenn ihr daut, als ihr Autoverschluss. Was zum Fick, Alter. Oh mein Gott, Digga, bleibt doch noch irgendwo hängen. Ich glaube halt, du weißt schon, dass nicht direkt losfliegen der Play ist. Ich glaube, ich nach da und dann fliegen ist viel besser. Okay, das Ding ist, wir haben jetzt halt wieder nur eine Klappe. Vorne ist das Ding irgendwann abgestürzt, einfach. Ich weiß, ob das wieder passiert. Okay, wenn ich das Ding jetzt, wenn ich das gelandet bekomme, haben wir es. Ich habe schon andere Dinge gelandet. Wir kriegen das an. Womit den Bandit solltest du das schaffen, ist ein schnelles Auto mit viel Schutz. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben es. We did it. Ja! Let's go! Ganz ehrlich, wenn ich den Scheiß-Jet nicht haben kann, dann kann ich keiner haben. Oh, wir haben es. Wir haben es, wir haben es. Let's fucking go. Wir haben es. Chat! Ich hoffe, ich habe euch den Streamer heute gefallen. Wenn es der Fall ist, drop gerne und pop a in den Chat. Ich hoffe! Ich hoffe, ich kann euch Hahcha-Jetip. Aufsehen! Wir voir Si cap' nochاف! convin